Gute Tablets, top to bot. Klippen, dass ich hier Pryor kriege, weil der Grace spielt. Ich glaube, der wird Erleger nicht mehr machen. Ui, Alter. Mitte? Denk ich auf Pryor. Ja, bot auch wieder Pryor. Okay, super. Aber hängt ein bisschen davon ab, wie der spielt. Ich gehe wieder für die Ward, aber wieder erst mal ein bisschen später. Ich mach... Können schon fünf Mann da stehen, ne? Also ich finde das mittlerweile... Ja. Jedes Level 1 dasselbe zu machen, ist glaube ich prinzipiell nicht so smart. Ja, das ist true. Ja, also ich brauch die Ward dann trotzdem. Die haben ja eigentlich nix diesmal, ne? Korki hat sich Mitte gezeigt, die haben ja nix um ihn zu töten. Komm einfach mal hinter dich. Aber wenn die Nautilus haben oder so, ist das schon ein Thema, ne? Resetest du noch für Sweeper? Ja. Ja, ja. Dann wäre das doch ein Play zu fünft hier den Ward zu machen, oder? Wenn wir Angst haben, dass die treppen. Ähm, ja. Also wir werden dann sehen, eventuell, wenn er nicht backt und Sweeper kauft. Aber wenn der Ward gecleared wird, dann werde ich nicht für den Invade gehen, ne? Weil er macht dann einfach genau das gleiche wieder. Ähm. Okay, let's go, guys. Was muss ich dir denn geben, damit du das weißt? Ich muss Raptors Ward nach der ersten Wave, ne? Äh, ja. Raptors Ward, wenn er den jetzt cleared, aber er cleared die nicht. Also werde ich sehen, wo er danach hinläuft. Du machst das nur, wenn er nach oben. Ja. Wenn er nach oben geht, mach ich das. Wenn er nach unten geht, mach ich's nicht. Okay, nach unten. Ja. Also ich werde nicht invaden. Ähm, ich werde euch Borderline aber für, äh, für Gangs covern. Wir sind auf jeden Fall stärker. Alright. Für euch sind halt Wards, Deep Wards sowieso gut, ne? Also ihr könnt auch Push kriegen und dann einfach Deep Warden. Ja. Dann kann der auch nicht spielen. Und Bot Grab ist dann ein Ding, was ich fighten werde. Wir hätten jetzt vielleicht zwei. Ich lass den Mittelkarten ein bisschen kommen. Ah, Shatter. Ja, alles gut. Ja, Deep Ward wär gut, wenn ihr das hinkommt. Ja, 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 ja. Also hier ist am besten, wenn es geht. Hey, Kalki hat da ein Raptors Ward, ja. Ich glaub ein Deep Ward ist... Ja, hier so. Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch... Hast du einen, oder? Nee, ich mach noch. Nee, du mach. Der ist hier. Bin abgebrochen. Ja, ne. Ah, der war ein bisschen scheiße, der war... Okay. Ja. Hier ist gewollt. Der Raptors Wölfe macht das gut. Die sind auch wieder am Moven, die haben Angst, dass du wieder invadest, ne? Ja. Ich werd hier auf jeden Fall für die Krabberspielen Bot Side. Wird nicht dashen, wenn ein Woollibear around ist, gerade. Ja, dann war gut. Wir können halt trotzdem hier sein, ne? Ist die Pflanze schon ab so früh? Ja, der kann halt außen. Ja, der kann ja hier rumlaufen, ne? Ja. Du. Ich werd jetzt in Bot Side reinlaufen. Dann wissen wir mehr. Der ist Mitte-Ultra-Faktor, muss wieder auf die Lane tippen. Wird das hier freezen und dann auch tippen. Gegner haben gerade so einen kleinen Slow-Push, die werden ein bisschen vor uns löschen. Woollibear bei mir, ich möcht fighten, ich möcht fighten, ich möcht fighten. Oh, du kommst auch dann. Oder wird ein bisschen gesowned? Ja, ich muss rennen. Können wir die jetzt fighten? Der hat Flash noch ab, beide haben Flash ab, ich mit dead. Oh my bad, ey. Ich dachte nicht, dass der ist dead. Der hat geflasht von denen? Woollibear auf jeden Fall. Zaya auch, oder? Ne. Weiß ich nicht. Zaya hat nicht geflasht. Sorry, Phil. Alles gut. Aber nicht dein Bett. Okay, ich gehe direkt zur Top-Grab. Ich habe hier Mitte einen ziemlich coolen Free-Stump-to-Slow-Push. Der Korki hat tippeat. Ich werde mich runter-junglen einfach, ne? Also ich werde hier, hier, hier machen und dann mich runter-junglen. Dann gehen wir für einen Early-Drake. Dafür werden wir dann gleichzeitig Mitte- und Bot-Push brauchen. Und Bot am besten Slow-Push, ne? Ja, die hat wahrscheinlich einen Dirk-Reset. Wir sind schon noch nicht so weak gerade. Okay. Wann genau passt er das Korki? Geht wieder hier hoch? Also ich mache so, so, so. Okay, also dann habe ich noch Zeit, ne? Ja. Ja, ich gehe Mitte, ich nehme Mitte ein Reset. Ich glaube, ich muss hier viel mehr für Pryo spielen. Korki könnte top sein, I think. Ja, Volibear würde aus Space auch top sein gehen. Ja, die hat Dirk. Also ich glaube, Pryo, mal gucken. Wann ist das auf jeden Fall rough? Okay. Ich kann auch einfach auf Bot für Pryo kommen, so. Das ist auch möglich. Also wenn die pushen. Mal gucken, wie die spielen. Ich weiß nicht, ob wir 3 gegen 3 gerade gewinnen. Also lange die Double-Buff hat nicht, aber läuft durch aus. Ich bin Ultra-Hedge on top land, Alter. Nice. Good job. Die haben Vision im Try wahrscheinlich, ne? Haben wir irgendwie in der Pink. Könnt ihr die Pink leichter placen? Ja, so, da kann wahrscheinlich. Ich move dann direkt mit hin. Die sind auf Drake, die sind auf Drake, die sind auf Drake. Die sind auf Drake, safe. Lass reinstreppen. Okay, ist auch schon da. Ich move. Der droppt low, der droppt low. Der droppt low. Der schreit nicht. Der hat keinen Flash, der hat keinen Flash. Geht einfach. Ich bin auch da. Auf Koli. Nice. Ich bin low, ich bin low, ich bin low. Ich hab's Might noch ab. Hitted Drake. Ja, ich probier's. Ja, schade. Geh, ich geh auf Space, top side. Da ist ziemlich strong. Wir können, glaub ich, einfach Pios da oben weiter das Game gewinnen lassen. Ich glaub, um Bot side ist grad nicht so einfach zu spielen. Ja, ja. Enemy Red Buff ist hier in 40 Sekunden. Ja, ich kann ho-tippen, wenn du willst. Einen Ding. Ja, der Wulibär hat keinen Flash, also der ist auf Red Buff dead dann. Und geht Base, ich würd das hier gegenpushen. Jo. Welfall ist jetzt Level 6. Mhm. Welfall move Richtung... Ich kann hier actually grad einfach reinmoven. Ja. Wir können Ult forcen. Der moved hier, der ist hier. Der hat Pflanze genommen. Gibt eine Welt, in der Soraka top side ist? Ja, ihr müsst aufpassen nach dem Move. Wahrscheinlich, aber kann sein. Entweder geht der hier für den Mitte Gank, oder er kommt zurück auf Top. Den Pink wollte ich hier kriegen, aber ich hab nix zum Recoil. Malfight läuft grad wieder Top. Ich geh jetzt hier für den Red Buff. Pass auf, Sola. Für den Red Buff gehst du? Ja, ja. Ich komm jetzt über Mitte, Johnny, falls du irgendwie Action geb' ich hinter dir. Wulibär hier oben. Hm, kann move'n. Ja, ja, und freien. Blocker-Spot. Malfight wird gleich über die Wand ult, ne? Du musst einfach raus. Ich muss die raus. Malfight ult, slash. Flash ult. Ist fein. My bad. Weiß nicht, ob ich da bin, hier unten. Ah, ich komm wieder runter. Das wird fein sein, ich bin fein. Wie können wir die HFV? Gar nicht. Sagen wir mal, my bad. I guess. Aber wir sollten trotzdem für Herald spielen. Top-Seite sind wir stärker. Er hat kein Flash, kein Ult. Versuch mit Sola irgendwie einmal hier ein bisschen die Wave zu pushen. Korki hätte jetzt einen Move richten Gott. Der Theorie auch richten Top. Na, also. Der ist top. Wo die Bär? Ich komm hoch. Bin fein. Okay. Hier, 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 hier. Ja. Ich habe einen Korki miss, habe ich Kupfer-Ul. Der muss weg-Ulten. Korki ist Mitte. Okay, nice. Nice, good job. Ich mach Krabbin to Herald. Ja. Sieben Sekunden. Sieben Sekunden habe ich. Drei. Drei. Korki wieder Mist, Richtung Bot. Korki kopiert Bot. Ja, wir gehen raus. Ja, lass durchlaufen. Ich würde hier einfach die Wave hart stoppen. Wir kriegen Herald dafür. Exhaust raus. Die könnten mit Woli für den Bot-Dive gucken, ne? Die auch raus. Ja, Woli, wir brauchen noch auf jeden Fall, aber. Woli, Bär ist Mitte. Woli, Bär ist jetzt Mitte. Ich gucke Bot für Ult. Ihr habt noch Ult. Ein Piers? Ja. Langsam ein bisschen. Oh, ich werde hier kollapsed. Korki ist hier. Korki ist Bot, by the way. Ja, wir müssen hier aber über... Oh, komm mal, der Tor ist auch hier. Korki, du musst jetzt wieder Mitte rein. Also, ich kann da nichts mehr machen. Pass auf, unten, Johnny. Ich glaube, der braucht da noch ein bisschen. Komm mal hier, komm mal hier. Drake, sei Ult bekommen. Wir haben 1,40, Drake. Woli, Bär ist jetzt Bot-Seiten. Junk, aber der ist in Junk, da. Ja, wir haben hier einen Herald-Play auf jeden Fall. Xayah nur Ult, Xayah nur Ult, Bot. Die hat auch keine Kampenates, hat man das, und Flash ist auch down. Ja, Woli ist aber Around, oder, glaube ich? Ja, ja. Ja, Woli, Bär ist Bot-Zelt, ja. Ich kann den Ult geben, John. Hat wieder Ulti ab, oder? Oder hat auch kein Ulti? Ja, würde es schon wieder abhaben. Also, die Xayah hat auf dem nächsten Recoil Eclipse, wenn wir die hier vorm Drake nicht mehr backgehen lassen, ist, glaube ich, besser für uns. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ult auf John? Ein bisschen Out of Mana, leider. Instant? Ja, ich starte den jetzt. Oh, ich kann auch. Ich glaube, Woli wäre es Bot, ich glaube, wir kriegen hier nix ausgepusht, ne? Wir können halt Herald-Play top machen, Cross-Map-Bauer, als auf Drake, ne? Ich hatte hier ein Wort. Staste, staste. Oder wir contesten den, aber die sind Bot-Seite auf jeden Fall stärker und haben Package. Naja, die Bot ist komplett oben eigentlich. Also, Korki wird jetzt Base sein und Package nehmen. Das heißt, ich kann eine Wave hier noch vorher pushen, dann könnten wir top-Herald spielen. Wo die Bot sind? Die wollen für den Dive gucken, Mary? Ja. Hat Korki schon Package? Der TP-T mitte mit der Package. Die wissen nicht, dass wir den sehen hier, den Woli. Ja, ja, ich komme runter, ich komme runter, ich komme runter. Ich kann auch top-Herald-Play machen. Nee, 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 komm nicht raus. Die wollen Base, die gehen Base hier. Guck mal hier, der Korki. Ja. Ja, ich komme, ich komme. Ich kann den Bank entwappen. Lass hier. Hat hier irgendwo Vision, ne? Keine Vision. Gehe hier danach auf Base. Aber der kann ja nicht Packagen, also ich gehe da jetzt einfach auf. Okay. Wo Mitte? Woli ist im River, maybe. Vielleicht da? Woli hier hat Ult ab. Danke dir. Dork hat auch Ult, gellst? Ich werde oben Herald setzen. Ja. Willst du mit der TP'n, Johnny? Was ist der Plan? Ja, ja. Okay, dann muss ich wieder Bots. Ich glaube, der kann einfach immer in uns rein Packagen. Also lass ich für den Dive gucken nach dem... Ja, lass Instant reinpushen hier, ne? Ja. Ich setze den auch Instant. Wollen wir auch Turret hitten? Ja, will ich sagen. Ja. Dann müssen wir von zwei Seiten, ne? Nicht, dass der uns beide ultet. Nein. Der Woli muss doch ganz dringend Base, oder? Der ist niemals mehr Bot. Ich hab Glänz, ich bin safe, ich bin safe. Könnt ihr auch von Top Richtung Mitte gehen? Ja, Hamm, ja. Ja, aber erst noch ein... Ah ja, und Woli keine Ult. Und Woli war immer noch nicht Base. Also der Korki ist Cut-Off-Reset, der hat kein TP. Die Zaya ist wieder um. Und Korki kein Flash, ne? Wenn der Mitte kommt. Und Zoraka keine Ult. Der kommt jetzt aus Base, der Woli. Check mal hier Q und dann... Er trinkt mich dann durch. Was, 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 was? Woli kommt jetzt aus Base, guys. Ohne Ult. Boddenk kommt auch aus Base. Ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Die kommen... Die sind immer noch hier. Die haben uns getrapped. Okay, genau. Das war's, was, was. Ich hab mir Splat. Oh. Äh... Ich hab nichts rein. Ich muss, ich muss laufen. Ich hab nix. Okay, das ist sehr, sehr strong gerade. Ja, hier kommt nochmal ein E, glaube ich. Ich nehm die Pflanze. Korki mit dem Essen. Okay. Lass mir auch ein bisschen was. Ich mein Shit-Bow. Okay, Pius ist auf jeden Fall sehr stark jetzt. Ja, ich nehm jetzt hier den Restart, da bin ich auch strong. Soll ich einfach mal Bot-Land rennen und gucken? Die sind komplett am Coin. Ja, die müssen ganz dringend Base. Die gehen jeden Moment Base. Ja, die werden Recoined. Ganz blöds am Coin flippen gerade. Ich geh, ich geh. Einfach irgendwas ab. Ich kann mich jetzt einfach hyperfarm, wenn du mir sagst, man die Camps nehmen kann. Hier jetzt Base, ich geh jetzt Base. Ja. Ja, ich bin schon ein bisschen klein. Ich brauch schon Camps, aber Top-Set. Kannst grad nehmen. Wenn du die nimmst, ist es fein. Und mir sagt nur, wann. Mhm, 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 mhm. Korki hat jetzt wieder einen der Mid-Land-Priot. Oh, die ist schon wieder Meter wieder. Kannst glaub ich hier mitgehen. Ja, sowieso in der Mitte. Ich bin auch Mitte-Round. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich tippe in der Mitte, ich tippe in der Mitte. Ja, einfach mal-Fight, du gut. Mal-Fight, mal-Fight, no-Fight. Kommt du da hinterher? Soraka maybe hinter den. Okay. Schön. Schön. Können wir den Turret hier siechen? Ja, ja, ja. Aber super. Ich bin auch hier. War bei Oliver auch bei euch? Ich bin da, ich bin da. Soraka ist hier. Soraka auch hier. Kannst du aber Top-Damage machen? Ich geh für Bot-Craft. Ich geh für Bot-Craft. Oh. Wir kriegen Top-Auch-Stack-Wave. Genau, fine hier unten ansonsten. Ja, wir haben hinten. Der Mayfair-Destrypians hat seine Ult gewiffelt. Was da nach vorne gewiffelt hast du wie ein Alpha? Natürlich. Die sind hier drin, glaube ich, irgendwo. Oh, Xy, hier, Xy, hier. Seid ihr irgendwie close? Ich kann dir eine Wave geben. Ich gucke hier. Ich gucke hier. Okay, jetzt nicht mehr. Kommt gut, die Wave. Soraka? Ja. Nice. Und die ist geflasht. Einfach, könnt ihr... Komm mal hier, komm hier. Ja. Vodi kommt jetzt hier im Long Run. Nice. Schönes Ding. Vodi kommt hier im Long Run. Der wird hier drin sein, I think. Soll ich die Wave pushen und ihr stayt da? Ja, ja. Wir können die Wave pushen. Da müsstest du ein bisschen aufpassen. Keine Wave, keine Wave. Okay. Wir investieren schon sehr viel Tempo hier. Wir King Tower, ja. Ja, aber ist auch nichts ab. So, just sit it. Bis du jetzt in die Mitte kommen? Es war Xy, Flash hier, ne? Wenn du in Xy und Xy und Ult. Ich weiß auch nichts, ne? Ja, ich gehe jetzt Topside, aber wir haben 1,30 Drake. Den spielen wir. Da brauchen wir Pios dann auch, ne? Also Xy und Flash, die wird wieder Ult haben zu dem Fight. Ja. Brauchst noch einen? Soraka ist Mitte wahrscheinlich. Da gewartet. Ich muss sagen, ich habe das letzte nicht gehört, was du erzählt hast. Ich nehme mir ein Reset. Ne, der was Gameplan ist gerade. Wir spielen Drake. Wir spielen Drake, no Flash. Hat aber Ult. TP'st du Mitte? Ich starte schon mal Bluff. Ja, zum Drake hat die wieder Ult. Ja, zum Drake, ja. Ich kann nicht TP'n, ich habe keinen. Achso, das ist bug. Achso. Ich pushe eine Wave, gehe Resetten und komme dann zum Drake. Okay, 15 Sekunden. Ich habe jetzt Zeit zu Poken, okay? Ja. Ja, ich mache Müll. Ich bin ein junger Mensch. Die werden halt in den Gage suchen. Ich glaube, wir gehen nicht mehr auf mal Bot, oder? Push mir Bot mal raus, das ist zu late, oder? Ja, ich würde hier schon noch Mitte-Wilf-Kontesten. Hier Mitte-Mitte-Kontesten, ja. Oh no. Keine Ulti-Zahl, ja. Keine Ulti-Zahl, ja. Ich habe gleich mal Piller, ich habe da einen Piller. Ich habe da einen Piller. Copy's low. Alle low. Alle einigen Spiel. Take care, take care, ich bin gleich da. Wer hat den ZT-Modi? Ja, nice. Take care, Malfi. Der stinker. Was noch? Corki, Corki, Corki hier. Nein. Okay, lass Drake mal an. Lass zu dritt Drake mal an. Wir können auch den Turm kurz nehmen, fang schon mal an. Ja, nehmt den Turm into Drake. Ja. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das ist wieder Johnny und Kutcher, Enchant-Ups, Artillery-Mage-Time. Jo, let's go, Mann. Genau, treiß dich zuerst ab. Geiler Typ. Darüber reden wir. Ich muss kurz Pause machen. Ich habe irgendwo Benachrichtigungen an, die wie Sounds machen. Bei dir steht noch eine Wasserflasche, die ist glaube ich von mir. Ja, das erwarte ich nämlich auch. Was ist das für ein Geräusch? Aber ich habe angefangen, meine einfach so zu zerfeddern, dass ich die immer erkennen kann. Aber ich bin so gern bei dir, deswegen. Ist okay. Okay, lass uns trotzdem über das Tempo reden, okay? Ich werde das Reset noch hier. Okay, ich bin wieder Red 8 ab. Ja. Du musst auch nochmal Resetten, Johnny, oder? Ja, für was? Also ich kann auch noch mit... Ich weiß nicht, ich komme gerade aus Base, ja. Ja, dann nimm ruhig die Mitte Wave, wenn du willst, dann nehme ich hier ein Reset. Set bot deinem Move. Ja, lass uns 4-1 spielen, oder? Ich brauche noch so 1500 Gold, dann habe ich das Game in der Tasche. Ja, same. Geiler Typ. Nummer 2k. Arschgeil. Okay, ich bin ready also. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach schlechte Matte und brauche Hotspick. Not schon. Ich brauche 2-5. Mit lag. Korki ist trotzdem relativ gut im Game, ne? Der ist sehr gut im Game, ja. Mit lag. Ey, der steht 3-0-3, holy shit. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Aber ich bin Shutdown-Wert. Ja, die haben auch Bound, die haben auch Bound, die ist noch. Ja, ich bin Shutdown-Wert. Das ist nicht TS vorne, da oben. Ah. Wohl doch ein gutes Matchup. Nee, ist kein gutes Matchup. Aha. Nur für dich. Achso, beschissenes Matchup. Es gibt keine schlechten Matchups. Es gibt keine schlechten Matchups. Gute und sehr gute. So, nämlich. Was ist gutes? Für mich gibt es keine warme Raumtemperatur. Es gibt nur kalt und erfrieren. Gerade ist es kalt. Kalt, arschkalt, unfassbar kalt. Aber in jeder Pause kann ich immer meine Hände kurz... Ja, weißt du, mir ist übel warm, aber meine Hände sind trotzdem kalt. Ich glaube, es ist hier so Fight-or-Flight-Mode, da geht das Blut raus aus den Fingern. Okay, also... Okay, die sind ready. Pause. Das macht du mal, Pius? Ja. Ich mach's. Spielen wir... Spielen wir Topside, oder? Pius, du gehst... Wolltest du Bot oder Top-Dim, Pius? Ich geh Bot, ich geh Bot. Dann spielen wir trotzdem Topside, oder... Nee. Spielen wir um dich rum, Pius? Ich bin isoliert, ultra gut. Okay. Wir können auch zuviel Mitte spielen. Die haben ja auch niemanden, der Side gehen kann. Also basically, was wir machen sollen, ist einfach hier Camps spielen. Das ist das Wichtige. Ja, das mache ich sowieso. Was machen wir mit Mitte? Ich kann die Wave maybe ulten. Ja, ich komme. Die haben Harold, nee, der ist eh down, die werden Harold placen, der ist eh down. Ja, aber ich komme trotzdem. Achso. Okay, jetzt habe ich jetzt... Boah. Das war Woli Bear? My Bet. Ja, Pius ist gleich da, ne? Also wir gehen hier rein. No Flash, Woli Bear. Ich habe Pillar in 3. Xayah ist basically dead da. 30 Sekunden auf ult. Ich bin nicht mehr dabei. Er wird halt ult. Auf, ab! Boah, Junge! Boah, ich bin leuchtet. Ich komme zu dir. Okay. Holy shit, macht der Damage. Meine Cocky ist echt sehr gefährlich ins Grabe. Die kommen von hier unten noch. Keine, keine, keine. Ich habe keine Mapbewerden, dass wir hierher kommen, ne? Bei. Woli Bear, Woli Bear Cocky. So, free. Woli Bear hier im Jungle. Woli Bear hier im Jungle. Ich bin ein bisschen hinter euch. Ich habe ein 2-Dash, der ist tot hier. Ja, 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 ja. Achso. Ja, klar. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich habe noch ein Wot. Ah, dick. Oh, leif. Sorry, Mann. KP dafür? Ja, ja, ich bin, ich bin am Laufen. Lass mich bitte. Okay. Warte, ich will auch eine Assist. Star, schau. Ähm. Ah. Jetzt fiel mir 70 Gold, das ist ja. Naja. Brauch du uns, ne? Soll ich Ardler's Stuff gehen? Oder Anti-Heal? Ardl. Wir haben Jona als Punkt, könntest du nicht mich? Achso, Anti-Heal. Anti-Heal ist besser, ne? Aber wir haben Anti-Heal auf Pius. Ne, Anti-Heal ist nicht so gegeben, so RKG. Ist wirklich nicht. Was ist denn hier? Geh ich bot? Okay. Ich geh bot. Ähm. Klar, kein Ulti. Dann red lauter. Ja, also was wir jetzt basically machen sollten, ist halt einmal, wie gesagt, die Camps bespielen, ne? Bis zum nächsten Drachen. Also hier Botzei, das sind alles unsere Camps hier. Und so sollten wir das spielen. Also brauchen wir immer Mitte, Mitte Bot-Push und dann, um dann wischen. Harald geht top. Ja, sollten wir answern, auf jeden Fall. Was, nee? Muss ge answert werden. Nee, drei Sekunden. Aha. Ja, das Mitte, weil ich nicht nur ein top answer, ne? Aber ich glaube, der Tower ist schwierig, ne? Können wir da rein face checken? Aber, Phil, was wird das? Also, was willst du spielen? Ja, Enemy Camps oder also? Ja, dann geht ihr beide weg, ich bin Solo für. Ja, Voli, wir können dich hier trappen, pass auf. Ja. Dann spielen wir für Bot-T2, oder? Ja. Hast du ein Wort für hier? Ja. Ja. Hier ist Pink-Bot. Irgendwas Reuliges mal so tun, ne? Nee, Corki's Bot. Ja, Corki Bot, in meinem Fall top, Xayah Mitte. Ich werde top gedive. Können wir hier Bot rein? Macht so viel Damage. Ich glaube, es ist Quatsch, dich side zu schwingen, dann droppst du es einfach. Alles Quatsch, das ist klar. Ja, ja, aber dann droppst du es einfach. Ja. Aber das ist... Wir können nicht Corki rumschwimmen, der Kletter war dabei. Ja, ja, ja. Also wenn die Held spielen, ist... Ja, dann... Ja, dann... Eine Minute, Drake. War noch 300... Ich pushe einen Valve raus und gehe dann Mitte mit euch. Ja. Ja, 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 ja. Ähm... Poke-technisch, wie sieht das aus? Wollen wir einfach warten, bis wir pocken. Die haben halt auch genauso Poke, ne? Ja, aber Johnny's Poke ist... Ja, ja, ja. Die auch nochmal bis. Ich gewinne einfach das Game, wenn ich Zeit habe. Die müssen engage, also die haben insane... ...Förste darauf. Ja, wir haben 30 Sekunden auf... ...auf Drake. Ich prepare schnell Blue doch. Und dann müssen wir da reinlaufen, auf jeden Fall. Ah, der... Also der hat halt 30 Sekunden lang dann auch noch Package, ne? Ja. Package und Mayfad wird schon eklig. Aber Mayfad hat mich oben geultet. Ah. Wird zum Abzahlen, ergesst. Ich hab da einen Pillar. Was geht, Johnny? Pass auf Package auf. Ich hab Ult auf Mayfad, der ist squishy. Wolli-Bär geht rein. Ist cocky, ist ja awkward, gell. Ja, ist gut, ne? Ja. Ja, Xy... Swakka halte wieder hoch. Die wird auch low dropen. Haben wir ja... Ja, wir spielen die ganze Step. Wir proben den Break, oder? Ja. Wer hat er wieder Ult jetzt? Wer hat er Ult? Die Package schon rein. Mayfad ult jetzt, Kerr. Korki? Olibeer? Nice. Da, ja. Langsam. Ja, glaub ich, dead. Der Korki ist hier Mitte noch. Wo soll ich denn hinkommen für dich, Pius? Okay, nevermind. Gar nicht, gar nicht. An... Herbert. Korki hat geflasht, xy hat geultet. Ich... Ich würde sagen, ich bin useless in Teamfights, guys. Ich würde nicht Teamfalten. Hat der Mayfad geultet? Ja. Mayfad hat mich geultet. Mayfad hat geultet, ja. Auch hat geultet. Komm aus Spacey, ich glaub die oberste Bühne. Ja, ich glaub Mitte, Mitte ist viel zu viel von Gängen. Die sind auf dem Reset. Ich... Ich komm mit dem Pillar da. Ich komm mit dem Pillar, ich hab mit dem Pillar. Der hat kein Ult, der hat kein Ult. Der hat kein Ult, der hat kein Ult. Auch kein Fett, auch kein Fett. Ich hab Ult, ich hab Ult auf Malfi. Korki zoned, Korki zoned. Komm mit ner Wave. Komm mit da. Nice. Ich bin auf Suraka. Ah, ich... Ich werd hier sterben. Hinter uns nur noch der Korki. Ist raus. Korki, keine W. Bitte. Die gehen für Nash. Die werden für Nash gehen, aber die sind Low, ne? Suraka geht Base. Suraka Base können die nicht machen. Also Xayah one-shotet uns beide, glaub ich. Korki auch. Wann hast du Ult? 50. Ich hab 16. Wann den schon fast, ne? 1K? Ja. Oh mein Gott, ich bin bei Inter. Ja, ich glaub, der ist da weg. Dein Korpius, fighten wir das, oder? Ja, wir fighten das. Ich glaub, wenn wir in der Schaltete sind. Suraka ist rechts von euch. Nice. Wir resettet. 4K wieder. Ja, also ein bisschen. 3 Minuten, Drake. Wie wollen wir die Drakes dann spielen? Wir brauchen hier, ach so. Okay, dann brauch ich die Reduction. Ich glaub, wir verlieren Karte einfach, weil Suraka zu viel Halt. Also es ist, die Heide haben einen ganzen Poke gegen den MF hat überlebt, deswegen 20 Jahre. Aber ich glaub, wir verlieren die Items. Ähm. Ja, ich geh dann hier Reduction. Dann wird das gleich. Ja, wie wollen wir die Fight spielen? So wie eben war er gut, aber hat er irgendwie nicht gereicht, ne? Ja, so wie eben, nur am besten Fall ohne Package. Also ich glaub, wir sollten einfach 4-1. Wenn ich hier mit Steppen hab ich Pillar. Wir sollten 4-1 spielen, wenn Corki keine Package hat. Und dann ist es leichter Untight He-Reduction. Dann gewinnen wir den Fight da auch. Das war einfach nur He-Reduction. Ich hab hier Pillar. 2 Top, 2 Top. Malfight ist Seite. Ich hab jetzt Infinity Dead. Ja. Die sind beide sehr, sehr low, aber die haben jetzt schon so weiter. Ich bin auch mit Malfight hier, aber das wird nix. Ich bin hier dead. Da holst du es raus. Ich werde im Long Run auch sterben hier. Ja, 1-30 auf Drake. Stärb mal lieber früher als später. Ja. Ich hab jetzt He-Reduction. Ja, das ist einfach offen, dass Piers offside. Ich mein, wenn wir anyway He-Reduction double bauen, dann ist auch Ocean Soul in diesem Game. Ja, ist die Frage, wollt ihr das abgeben oder also? Ja, also ich seh keine Chance, wie wir Fight's gewinnen. Ja. Ich auch nicht. Ich glaub, nur Piers ist noch nicht so gut im Game. Ja, ich bin seriös, das. Okay. Wir können halt, wir können halt foken, aber wir halten so viel. Ja. Aber wir haben, wir haben basically jetzt gerade auch kein anderes Play, ne? Also wir haben keine Side, die wir bespielen können in der Zeit als Cross-Map. Ich glaub, wir können einfach versuchen... Wir können halt gucken, was geht so, aber wir brauchen es nicht hart forsten. Top-Wave ist noch. Wir können eher gucken, ob wir Mitte-Tier zwei vielleicht kriegen. Ja. Der Cut-Off-Tempo. Ja, wieder Old. Hier im Boom. Gibt anyway, ah ja. Gibt anyway keinen Catch für uns, ne? Die Frontline ist so tankig für uns. Ja. Juraq hat da mehr gebaut. Also Korki wird grad noch im Base sein für... Ja, hier. Vielleicht in die Welt rein. Ich halt aus, ich halt aus. Langsam, langsam. Nice. Care Korki, Care Korki. Ich komm zu Piers. Nice, ist gut. Ist gut. Ich bin Weltkern oder gehen. Nicht mehr, nicht mehr. Ja, go Drake, go Drake. Die werden das spielen wollen, auf jeden Fall. Guck mal, der Voli, der Voli, der Voli, der Voli. Was? Okay. Ja, go Drake, go Drake, go Drake. Letzter nach Bord spielen. Die werden das erstmal noch contesten. Wir müssen das erstmal noch machen. Okay. Nice. Schnell, package. Schnell, package. Macht, 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 macht. Nice. Package. Boah. Ich bin mit drauf, ich bin mit drauf. Kannst du hitten? Nee. Ich block, ich block Rockets. Nice. Komm, 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 komm. Wie lange bist du ihn? Mach nix. Äh, vier. Ich geh Botlane. Sire ist alive. Sire ist nicht der Play. Sehr, sehr gut, Jungs. Wir sind im Game. Okay. Wir haben jetzt auch Geal Reduction auf Kutcher. Das ist Literary, ne? Also, war genau wie der Fall davor. Nur die Haltzettung. Sire fresh. Sehr, sehr gut. Schön. Oh. Ah. Korki Package ist, also, Fights gegen Korki Package sind kaum noch fightbar. Das ist für sure. Ähm, ich bin relativ soon, Turabadons. Ja, am besten wäre Catch auf Suraka immer, ne? Wenn, also, ich werde gucken, ob ich vielleicht... Turaka hat geflasht gerade. Die hat doch gerade hinterher geflasht, um den zu heilen, oder nicht? 99 Prozent. Ja, 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 ja. Also, wenn ich einen Piller auf Suraka kriege, call ich das. Dann kannst du deinen Xerof Ultra raufauen. Nee, nee. Das macht keinen Sinn. Kannst du deinen Mic enger machen? Man hört dich immer noch nicht immer die ganze Zeit... Kein Damage? Mach mich mal lauter am besten. Jetzt geht's. Nein, nein. Ich glaube, deine Voice Activation ist aber zu niedrig. Aber jetzt geht's. Also, die Suraka hat so viele mehr. Ich... 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 One shot zu Xayah, basic Leansinn und Korki auch. Ich sollte einfach nicht Suraka foksen. Mhm. Also, fühlt sich scheiße an, aber ich glaube, ist richtig. Ich glaube, ich habe Item-Bit gebroht. Not sure. Habe ich hierfür ein Greedy Play gehen, oder nicht? Nein. Den brauchst du nicht. Also, Rascard Flash bekommen. Das war der Greedy Play. Dein Greedy Play is Grump. Mein Greedy Play is Grump into Xayah. Man hört dich einfach eine Sekunde später. Ja, der wird die Lame. Der ist das so. Kannst du reconnecten einmal? Ja. Boah, das ist schon mega Lame. What the fuck? Ja, gerade war richtig lang. Yo, Ultra-Delay. Wird immer schlimmer. Endlich ist er weg. Okay. Also, ich brauche 400 Kult of Rabadons. Mhm. Das heißt, ich würde gerne Blue. Und Top kommt, glaube ich, noch eine Wave. Dann sollte ich eigentlich schon durch sein. Okay, die sind ready. Ich bin fast. Ja, Pios ist noch... Nee, Pios ist noch nicht CS. Hast du? Ist das jetzt besser? Ja. Bisschen, ja. Ja. Nee, ist wieder gut. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Abfahrt. Ich resume. Moment. Machen wir mal mit dem Top, wobei Bot T2 natürlich auch noch Free Gold ist hier. Also, ich würde wirklich jetzt gerne Krabbe dazu trainen. Also, Blue, dann diese Wave. Dann diese Wave und dann Blue. Gib dir mal ein bisschen Speed. Mhm. Sind alle Top-Set im Jungle? Ja, ich gucke, ob ich die Krabbe davor kriege. Ja. Okay, Bot-Line. Die sehen mich an Raptors. Die sehen mich an Raptors gerade. Okay, die sind hier Top-Side-Care. Ich kann mit Blue machen. Super. Habe ich Fahrbedons? Resetal, da bin ich ein Big Boy. Ja. Jetzt rufen und kriegst. Super. Okay. Ja, dann lass mit Xerof Mitte spielen und ich setze Pillar auf Suraka und Xerof und so ein Quatsch, ne? Ja, also auf Xerof war ein Zähn eben, ne? Ich hab die da insta gekippt. Alle Top. Alle hier. Hey, ich krieg Bot-Line. Ich krieg Bot-Line so viel. Ja. Ja. Ich kenne doch die ganze Band-Nash. Die sind zu früh hier, oder nicht? Ja. Die wollen mich hier. Die in Gältchen. Ich bin... Ich überlebe gerade noch. Ja, ja. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Einfach raus, einfach raus. Einfach raus, einfach raus. Der Mail vertrollt, der Mail vertrollt. Ich krieg hier unten. Einfach abhalten, einfach abhalten. Ja, 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 ja. Hinterher, hinterher ein bisschen. Wir können auch Richtung Nation 30 Sekunden. Ja, es ist 30 Sekunden erst. Okay, okay, Cockypock. Malfight keine Ult, kein Flash? Malfight keine Ult, ja. Ich glaub, Voli-Ber hat nicht geultet. Ich bin mir sicher. Ne, ne, Voli-Ber hat nicht. Ich hab dir gezeigt, wo die sind. Die kommen, die kommen jetzt, Pius, ne? Okay. Pius geht rein. Das war ja super low. Hey, Hit, 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 Hit. Die müssen nochmal resetten. Nimm Mittel. Ja, 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 ja. Hit, Mitte, Inip noch. Nice, dann noch raus. Dann haben wir Mailfertit wieder ab. Nice, 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 nice. Wollte bald ab sein. Raus, noch Camps hier und Vision setzen topside. Okay, schön. Ich glaub, der ist too much. Nö. Der wird jetzt hier rein, der rein stampen. Aber noch nacht die Fenton. Wir sind super huge. Wir sind gerade in Unterzahl, ne? Ja. Achtung, so trinket. Ich hab für Mailfertitp-Mailfertit. Was ist da? Fünf Sekunden, ich hab keinen TP. Hier bei der Karte. Ja. Die werden gleich noch im Engage schauen gleich. Ja, ja, hier hinterkehren. Das einzige Playtour, die ist doch hier flippen, oder? Die wollen rein, die wollen rein, Kär. Ich muss sehr weit weg. Okay. Die gehen gerade raus, die gehen gerade raus. Ich geh gleich wieder Botlane. Ich kann mich nicht alleine rufen. Ja, ja. Du bist da. Ich komme. Ja, 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 Hit, Wohli, Hit, Wohli, Hit, Wohli. Kein TP. Nice, 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 nice. Kein TP. Schön rausziehen. Ja, ja. Ist gut. Mitte, Mitte into Nash. Oh, sorry. Komm, 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 komm. Wir haben eine Minute auf Drake. Hit, 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 hit. Die müssen die Base, die müssen die Base, die müssen die Base. Einfach hitten. Wohli, Bär ist auch Base, Wohli, Bär ist auch Base. Wahrscheinlich outsmited mich Corki, äh, Corki Rocket, ne? Okay, und danach direkt, äh, Drake, äh, ich werde resetten noch. Ja. Okay. Ich kann schon leichter planen. Ich stelle hier, hier Reduction, du hast, ne? Ja, ja, ja. Du removed hast irgendwie du halt. Also ich glaube, Power Sprag ist wichtig. Okay, mach ruhig. Naja, in der ist jetzt. Äh, du bleibst einfach top, Pius, ne? Ja. Ist huge, ja. Hat der Package übernommen? Wir können, guys, guys, wir können doch den Drake auch, ob wir dafür enden können. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Der hat keinen Package, ne. Aber dann ist der einfach late. Die werden, die werden hier hart für Dings ins Gucken. Die, die, die machen den direkt, die machen den direkt. Wir müssen, wir müssen hier rein, guys. Ich bin jetzt nicht da. Oh mein Gott. Die haben den. Ich hab hier Dings, Ult, ne gute Ult. Ich bin fein, ich bin fein. Ich hab hier. Wie viel Solar gerade? Pius ist in der Base. Cancel die. Canceled, canceled. Malphite ist Base. Ich hab hier oben zwei Super Minions. Ich hab hier in der Bubble. Flash, Corki. Gehen alle Base jetzt. Gehen alle Base, gehen alle Base. Gehen alle Base. Die können nicht entln, ne? Ne, ne, ne. Schau, ey. Ich hab jetzt Pewterfire. Also, nicht so wild, dass die Dings haben. Ja, wir haben Triple Heal Reduction. Das ist schon okay. Also, du kannst jetzt Oblivion auch wegballern. Mit Pewterfire. Okay. Wir sollten jetzt halt trotzdem mit den, mit den, mit den Inips hier weiter aggressiv spielen, ne? Ja, ich hab DPA, wenn ich abwenden. Also, ihr könnt schon mal move'n. Das Ding ist, Pokefights in der Dings, also Raka mit Oceanzoo, das ist schon abartig. Das heißt, wir müssen einfach extrem geduldig sein. Jeder, jeder, jeder kleine Trade ist besser für die als für uns. Und wir müssen unbedingt den Ward hier klären, ne? Wir dürfen kein Malfair TP flanker. Ja, ja, ja. Das Ding ist, das Game ist ultra schnell over, wenn die einmal irgendwo committen. Ja, das ist true. Ja, ich hab auch TP. Also, steht halt basically gar nichts mehr bei denen. Wir haben Botline TP'n, um Präzter zu machen. Okay. Bitte musst du aufpassen, ne? Ich kann mir vorstellen, okay. Zwei top, zwei top. Xayah Mitte ist grad fahr. Richtig erhütten? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaub, Xayah would ist nicht so wichtig. Einfach schön pressen, aber... Nichts in nem Fight committen, ne? Hast du flasht, oder? Ne, ne? Ne. Okay, wir sehen hier noch gar keinen. Wir spielen mit Minions, ne? Ja, einfach Minions spielen. Wir haben Vision auf mir. Ja, ich bin sehr weit weg. Let's go! Wir haben Package. Wir haben Package. Wir werden wahrscheinlich einfach auf mich aufjumpen können. Ich werde super weit hinten stehen. Ich glaub, wir sollten die Minions abwarten. Einfach Package abwarten, ja. Einfach weg. In the three spawn, ey. Die wollen hier, die wollen hier. Okay, die können nicht, die können nicht. Okay, drei Minuten haben wir auch Nash wieder. Wir haben kein Package für Nash. Ich würde kurz den Blue nehmen, ne? Wir können ja irgendwie nichts machen. Brauchst du viel noch für Void, Johnny? Ja. Oh, die sehen mich top seit hier. Ich bin ja sehr sneaky. Gleich wird Korki oder so kommen. Korki oder Xayah, dann kill ich die. Und dann ist es gegeben. Ja, Korki ist hier top gewesen eben. Die gehen für dich runter? Ja, ja, ja. Ich renne. Ich bin fein oder so. Die können hier eh nicht committen für mich. Das geht nicht. Die können aber von hier jetzt auf Soda committen. Neh, mir keine Wischen gerade. Ich glaube, tiefer können wir nicht gehen. Ich gehe hier zum Enemy Red Bar. Zu risky. Hier wird der Blue Trinket. Ja. Die committen auf euch. Okay. Korki Package ist raus, oder? Ja. Ja, Korki Package ist raus. Wir halten sie in der Base und one shot in den Nash, oder? Komm mal her. Ja. Wir sollten schon irgendwie schauen, ob wir noch In-Hips attacken können. Dann mal. Wir haben auch gleich wieder Flash of Solar, ne? Auch nicht unwichtig. Ja, 10. Die suchen gerade. Die sind hier gerade. Der Wullibear ist im Jungle. Ich habe hier Pillar. Ich bin fein, ich bin fein, ich bin fein, ich bin fein. Ich gehe botlane, ich gehe botlane. Ja. Ich mache langsam, ich mache langsam. Die haben noch alles ab, die haben noch alles ab. Hint Mitte, hint Mitte, hint Mitte, hint Mitte. Aha. Du bist ein fein? Ne, ne, ne. Geht auf. Verteilt euch am besten. Okay. Die gehen nicht weiter. Wir müssen die Krabbe hier nehmen, damit wir wenigstens irgendwas sehen. Hey, wie sieht es aus mit Items Spikes, kriegen wir noch Volt zusammen irgendwie? Ne. Was, mal mit dem, stoppen wir den einfach, oder? Ne, also der, wir, wir sind schon am Spawn da, so. Wir spielen, wir spielen den Nesche schon, ne. Die werden den auf Timer, die werden den auf Timer machen wollen. Du hast einfach Daumen vor ihr da seid. Die werden auch Melfeld und auch haben, aber du hast auch noch Flash, ne. Was ist mit irgendeinem, hier, ihr geht hier einfach oben hin und wenn die für Drake gehen, mal ohne Wave. Ich hab hier noch. War ganz schön. Bin auch unterwegs zu dir, früher. Ich bin noch weiter, ne. Muss raus, halt. Nein. Fakt. Ja, der ist hier, der ist hier gerade split. Wir haben keine Ionen holt. Also, wir haben echt wenig. Und ich bin tot, so, ne. Ja, ja. Gar kein Problem. Kann halt keiner was machen. Ach, der. Hier passiert. Shit, jetzt einfach raus. Wir haben übel viel Geld. Geben Backdown, oder? Ich glaube, Elder können wir nicht ganz viel Geld haben. Wenn wir Inips kriegen, können wir das maybe stallen. Wir haben auch Nash-Roy, ne, also. Ja, ein bisschen was müssen wir machen, so. Ja, ich werd fort tp'n und versuchen, den Elder mit uns zu ziehen, weil der Voli war nicht da. Okay. Mhm. Haben wir Blutschrinket? Nein. Oh, die sind vier. Die sind fünf. Ja, die haben das gebrochen. Ja. Ja, get out. Ich hab auch J. Na, mal Wave clean. Können wir Elder machen, ne, ja? Nee, aber wir müssen hier einfach, wir können einfach in deren Base gleich laufen, wenn die für Elder gehen. Die haben noch einen Tower, die haben noch einen Tower. Ja, aber ist, glaube ich, Latte so. Okay, okay. Let's play, was haben wir. Johnny macht einfach ein bisschen Action da. Ja. Ja, wartet noch, wartet noch. Ja. Okay. Lass, lass gehen, lass gehen. Ja, mach' ich auch. Lass mich tanken, ne? Lass mich tanken. Die Tiefchen rein. Lass ihn abnehmen, oder? Äh, ja. Ja, 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 ja. Wir können auch einfach aggressiv drauf spielen. Ja. Okay, können wir nicht, können wir nicht. Nice. Wir machen nicht, der Elder. Raus, raus, raus. Vielleicht kommt Volibear von hier unten, Kerr. Nee, nee, der ist 300, ich hab den übel auf die Frasse gegeben. Okay. Die wollen hier noch, die gucken hier noch, ne? Die gucken hier noch. Leider ein Junk da noch. Wir müssen das weitermachen. Kannst du hier wieder langlaufen? Ja, ja. Dann haben wir noch einen Baron. Wir sollten mit so runter spielen an deren Stelle. Ja, können wir es mit TP, maybe? Ja. Haben wir ein Ward, haben wir ein Ward? Wir haben ein Pink Ward, wir haben ein Pink Ward. Also hier mit dem, oder? Ja, ja, go, go, go. Ist egal, wir müssen das verhausten. Ich tippe, ich hab hier... Ward kommt, scheiß auf Minions, scheiß auf Minions. Komm, komm, komm. Okay, einfach mach, einfach mach. Okay, shit. Okay. Ich hab das. Ich gehe. Kutscher, mach mal nen Trick bitte. Ja warte, Kameee, Kameee, Aaaaah. Ja irgendwie habt ihr mir nicht genug Energie gegeben. Ja sorry, der warst der Non-Believer. Lass du zwei Uhr nur ne Pause machen, bevor wir quatschen. Ja. Ich glaub es ist wichtig jetzt auch einmal ganz kurz von dem Game wegzusteppen ne Runde. Geh ein Schimmer muten ne.